Da ist das Problem wohl, entweder bei dir oder dem, also bei deiner Internetleitung oder bei deinem Browser irgendwas. Leid er. Was ich natürlich nicht begrüße und nicht befürworte. Na, es gibt schon so viele Dinger sind ja nicht dabei, so viel Schild zu Fuß. Jetzt müssen wir öffnen hier und jetzt.